Mein Name ist Olaf Selchow. Ich bin im Hause Karl Zeiss, verantwortlicher Produktmanager für Lichtblattmikroskopie. Diese Technik wurde bereits 1903 bei Karl Zeiss entwickelt und im Jahr 2004 von Ernst Stelzer und Jan Hüsken für 3D-Fluoreszenz-Imaging in der Biologie nutzbar gemacht. Mich hat sofort fasziniert, dass man mit dieser Methode ganze Embryonen mit hoher Auflösung über Tage unbeschadet beobachten kann. Und es war mir schnell klar, dass ich diese Entwicklung vorantreiben will. Ich bin sicher, dass dieses Beleuchtungsprinzip 3D-Fluoreszenz-Imaging revolutionieren wird. Mit dem Lichtblattmikroskop Lightsheet Z1 von Karl Zeiss entscheiden Sie sich für ein benutzerfreundliches und stabiles System mit integrierter Inkubation. Das Besondere an Lightsheet Z1 ist das patentierte Optikkonzept und die Möglichkeit mit Multi-View-Aufnahmen den Informationsgehalt oder die Auflösung Ihrer Daten zu erhöhen. Sie können nun Experimente durchführen, die vorher unmöglich waren. Beobachten Sie die Entwicklung Ihrer Probe schonend und mit bis zu tausendfach geringerer Lichtbelastung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020